Noch mehr, Nachtbrüder. Da unten! Seht! Du kannst gegen uns nicht bestehen. Vorhücken! Näher ran! Wir können gewinnen, Brüder! Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ich muss ihre Siegen. Was ist das? Sehr gut. Ich kann sie nicht öffnen. Ich bin ein Scherz! Seine Scherz! Ich werde dir das Leben nehmen. Deine Niederlage ist sicher. Wir dürfen dem Unsinn auf, Eindringling. Ich mache dich fertig. Ich komme schon noch durch. So gut bist du gar nicht. Ich habe schon Schlimmeres eingesteckt. Stimmen bitte? Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was ist es, BD? Bereite dich auf den Tod vor, Mistkerl! Stimmengewirr, Stimmengewirr, Stimmengewirr. Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht. Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Auch die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten wieder fährt das auch dir. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach... Ordnung. Ich muss mal los. Ich sehe einen Eindringling. Ich habe dich gehört. Helft mir, Brüder! Er kletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Verröcke im Sumpf! Mit dir erlebt man was. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod Pass hier auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder Oh, ich mache gar nichts Aber meine ermordeten Schwestern Sie bekommen Ihre Rache Gut, das kann, Betty Noch mehr untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verlasse diesen Ort Verlasse diesen Ort WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du wirst für ihren Tod bezahlen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wie schafft es, diese Schwester der Nacht uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Sie gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt Zehn? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Es sind zu viele Neidex unterwegs. Besuchen wir uns einen Unterschlupf. Was ist das für eine Fluss? Brüder der Nachtdrohnen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Brüder, hierher! Er zittert vor Angst. Wir werden dich zur Strecke bringen! Sind alle Jedi so schwach? Bring das zu Ende! Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Versuch mal, Jedi! Brüder, helft mir! Recht unseren Bruder! Verhindert, dass er sich bewegt! Die Scherse des Erledigen, Mistkerl! Bereit zum Sterben? Geh! Ich hab' ihn getroffen! Ich hab' ihn getroffen! Geh! Brüder, ein Fremder! Ich hab' dich gehört! Sei vorsichtig, Brüder! Hier wurde jemand gejagt. Wir müssen das jetzt beenden! Kämpf mit mir, du Feigling! Brüder! Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Das kannst du, dass er euch ausweicht. Ein Jedi, erledigt diesen Eindringling. Sehen wir uns das mal an? 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 Das sind Opfer, um ein Exempel zu statuieren. Sehen wir uns das mal an? 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 Das ist der Fremde. Das ist der Fremde. Das ist der Weg am Tor. Das ist der Fremde. Das ist der Fremde. Das ist der Fremde.